Hallo und herzlich willkommen zurück zum, ich wollte es schon sagen, Neverwinter Online, nein, W.O.W. natürlich. Und wir befinden uns hier in Danaris. Wie man sieht, ist das Halloween-Fest hier aktiv und wir müssen hier diese Orga töten, die ein paar Level höher sind als ich. Sollte aber trotzdem nicht das Problem darstellen. Hoffe ich zumindestens. Autsch. So, dann haben wir Spuren ersten. Die geben schön EP, wegen doppelte EP. Den Erholungsbonus. Oh, ein paar Level 47er, okay, die sind natürlich leichter als die 48er. Jetzt habe ich den Schuhe am Hals. Ja, mein Dämon hat das nicht so mit Agro halten, irgendwie. Ich glaube, ich mache einfach zu viel Damage. So, dann haben wir Nummer 2. Oh, jetzt habe ich ihn schon wieder am Hals. Hau ab. Oh, Mist. So, Nummer 3. Agro Marok. Also, Ravager müssen wir auch noch töten. Der war da hinten in der Höhle drin. Wenn ich mich richtig dran erinnere. Ah, den brauchen wir gar nicht. Enforcer und Brute. Okay. Aber den gehen wir jetzt trotzdem, weil der ist mir im Weg. Oh, da haben wir so einen Enforcer, okay. Gut, dann nehmen wir den mal als nächstes. Ich kann es nicht mehr als nächstes. Okay. Da liegt eine Leiche. Oh, hm. Das wäre natürlich interessant, den zu töten. Aber wir nehmen erstmal ihn hier, damit wir die Flanke frei haben. Sicher ist sicher. Ich habe das noch nicht. Das Spell ist noch nicht bereit. Und Minoclown. Und nochmal. Dann bearbeiten wir den noch ein bisschen mit unserem Zauberstab. Ein Schuss hat gereicht, da war er down. So. Jetzt nehmen wir ihn hier. Na, das hat nicht ganz funktioniert jetzt, aber. So, jetzt hätte ich gerne ihn hier. Resist natürlich, ist klar. Resist natürlich. Erstmal 10.000 Mal resisten. So haben wir das gerne. So, da haben wir den. Der hat jetzt aber auch nicht wirklich was Tolles. Kommt, von denen klauen wir uns mal live. Und dann machen wir hier hinten weiter. Wir sind noch nicht mehr. Zack. Erstmal alles schön mit Lifestyle-Dotten. So, dann müssen wir uns gleich auch erstmal zum Regenerieren umsetzen. Autsch. Auf mich zu kicken, das mag ich ja gar nicht. Keine Ahnung, warum der Paladin da nur rumsteht. So, jetzt können wir uns regenerieren. Ah, der Dämon kann auch mal ein bisschen regenerieren. Danke. Weiter geht's. Achso, der Dämon muss ja auch einsammeln. Machen wir mal eben. Ja, es ist auch wieder verdammt heiß hier in Canaris, muss man sagen. Äh, Stärke kriegt er. So. Du bleibst da stehen. Da ist die Sau. Du gehst schon mal ran da. Dann docken wir ihn mal zu. So, das sieht gut aus. Autsch. Stirb. So. Damit haben wir den. Brauchen wir den überhaupt? Achso, das Brute. Den brauchen wir. Aber Enforcer brauchen wir viele. Da brauchen wir noch viele von. Acht Stück. Naja, viel ist ja relativ, aber... Acht Stück ist schon ordentlich. Achso, das ist immer noch der Charger, aber das Spell ist nicht mehr. Ich kann das nicht mehr schaden. Ich kann es nicht mehr schaden. Dann haben wir hier, Platte. Ah, jetzt trefft er den Enforcer an. Kotz, würdig. Dann haben wir noch einen anderen Enforcer. So, kriegt er erstmal hier einen drauf. Ich kann es nicht mehr schaden. Hier haben wir gleich zwei davon. Ich kann es nicht mehr schaden. Ich kann es nicht mehr schaden. Gut, wir nehmen den einen. Von Brute brauchen wir nur noch vier. Hiervon bauen wir jetzt nur sieben. Wenn der down ist, noch sechs. Dann passt das... Oh, schon wieder resistet. Dann passt das ja. Wie die Faust aufs Auge. So, hier haben wir noch mehr Enforcer. Woher? So. Der Spell ist nicht fertig. Ich kann es nicht mehr schaden. Er ist immer noch eine Charger. Ah, schön, schön. So, unser Dämon bräuchte eigentlich auch mal ein bisschen Lebensenergie wieder. Und auch Mana. Autsch. Nochmal hier. Oh, ein Level 50er. Dann laden wir erstmal unsere Dämon auf und natürlich geht jetzt auch mein Handy. Da geh ich jetzt aber natürlich nicht ran. Was haben wir hier? Ja. Hmmmm. 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 Ach egal, da antworte ich jetzt nicht. Hier kann ich Zeit den zu teleportieren. So, gib mir ein bisschen Mana. So, los, die umfrischen wir mal auf. Da muss ich gleich auch noch hin. Genau, das muss ich auch noch machen. Ich glaub die waren noch ein paar Level höher als hier. Ja genau, Dämon, geh erstmal da hinten hin und pull den anderen erst nochmal. Das war ein wirklich sehr intelligenter Weg den du da genommen hast. Muss ich einfach mal so sagen. Der war perfekt der Weg. Ja genau. Erstmal wieder stehen. So ist richtig. Oh, jetzt wird der auch noch resettet. Willste mich verarschen? Das hasse ich ja wie die Pist. Ich bin nicht mehr so. Ich bin nicht mehr so. Ich bin nicht mehr so. Genau, der andere hat sich jetzt auch resettet. Äh, pure Mana-Verschwendung. Vielen Dank, Spiel. Vielen Dank. Ah, jetzt setze ich mich erstmal hin und regeneriere ein bisschen. Was braucht man jetzt noch? Drei Brutes, vier Enforcer. So. Ja, den Enforcer holen die sich jetzt wahrscheinlich. Dann gehen wir mal hier hin. So. Eigentlich denselben Ablauf immer. Zudotten. Wir sind ja Gebrechenshexer. Und dann schön mit Lifestyle arbeiten, damit man nicht so oft regenerieren muss. So, haben wir den auch. Da haben wir noch einen Enforcer. Den will ich haben. Resist. Natürlich. Ja, und der kommt natürlich zu mir. Warum nicht? Autsch. Ja, ist ja gut jetzt, Junge. Junge. Geh auf Wanderschaft. Genau. Resiste dich. Äh, resiste dich meine ich resiste. Mein Gott. So. So. So hier. Oh, ernsthaft. Das ist doch zum Kotzen. So, wir setzen uns mal und war ja klar. Ich weiß nicht, warum das beim ersten Mal klicken immer verpackt ist. Kostet Mana, kostet Nerven. So, das können wir da hinmachen. Kann der jetzt wieder? Nein, kann er noch nicht. Jetzt aber. Geht doch. Warum nicht gleich so? So, da ist alles tot. Dann können wir hier mal rum. So, jetzt lassen wir jemanden zuerst angreifen. Vielleicht kann er die Agro dann ein bisschen besser halten. Na, ich glaube, jetzt glaube ich dem eh wieder die Agro. Jetzt gleich. Oh, resist. Ich habe mir schon gedacht, sobald ich Lifesteal mache, ist hier Feierabend mit Agro. So, das war der. Was haben wir hier? Hier, okay, okay. Da haben wir in dem Monat auch gar keinen Maler mehr, um ordentlich die Agro zu halten. Deswegen fielen wir den erstmal wieder weg. Hauen sie rein. Oder so. Whatever. So, dann fischen wir mal aus. So, dann brauche ich gleich noch einen Enforcer. Der jetzt natürlich nirgendswo zur Verfügung steht. Welche Überraschung? Oh, das hier habe ich ja übersehen. Wie kann das denn? Das nehmen wir natürlich mit. Davon brauchen wir insgesamt 30 Stück. Also nicht gerade wenig. So. Ich habe es so gewusst. Der letzte, für den muss man wieder suchen ohne Ende. Da ist er. Aber da stehen noch so viele andere drumherum. Nehmen wir erstmal irgendwie aus dem Spiel. Ach, da rennt er aus. Reichweite. So. So. Sollte erstmal reichen. Haben wir den ein bisschen aufgeladen. Und wir laden uns auch wieder auf. So. Äh, ein Enforcer. Haben wir da. Ja. Nehmen wir den trotzdem erstmal aus dem Spiel. Der kommt schon freiwillig an. Ja, genau. Resette dich. Wunderbar. Vielen Dank. Sehr nett von dir. Autsch. 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 Nicht durch die Gegend. Aber anscheinend kann ich meinen Zauber unterbrechen. So. Komm schon. Komm schon. So. Vielen Dank. Dann regenerieren wir uns mal ganz kurz und gehen dann gleich hier hin. Ich beende jetzt diese Folge. Aber erstmal vielen Dank für's Zuschauen und bis demnächst.